So, wir reparieren. Wir werden hier wahrscheinlich übernachten müssen, wenn das so weitergeht. 73% kommen wir reparieren nochmal. Und wenn der bei 100% ist, vergleichen wir mal. So, wir vergleichen. Momentan 1,5 und 1. Ja, soviel zu dem Thema. Aber das ist die äußere Schicht. Anziehen. Drops ist gelutscht. Was haben wir da noch? 1,5 und 1. 1,5 und 1. Schenkt sich nicht viel. Schenkt sich nicht viel. Ich hätte halt gar nochmal eine geilere Hose, ne? Unser Problem ist es, das ist das Problem mit der Hose. Warum ist jetzt hier die innere Schicht nass? Das verstehe ich nicht. Egal, wir können jetzt auch noch das hier reparieren. Nachdem ich das hier zerlegt habe, möchte ich natürlich nochmal diese zweite Schicht der Bergsteigersocken auf jeden Fall auch noch verbessern. Bringt uns alles ein bisschen weiter. Ausgezeichnet. 92, 93, 97, 100, 93, bla bla bla. Oh, nur noch 87%. Ja, aber 87% ist immer noch besser als gar nichts. Ähm. Ja, wie gesagt, das Ding ist scheiße. Kann man ohnehin zerlegen. Boah, wie viel Durst wir beim Zerreißen bekommen. Das war jetzt gerade interessant. Na ja, komm, jetzt hauen wir uns das hier noch rein. Da ist auch noch ein bisschen Wasser mit bei. Ah, jetzt kann ich so ein Kreismenü hinzufügen. Ach, so funktioniert das. Entschuldigung, ich wusste das noch nicht. Für alle, die sich wundern, Mensch, Mörb. Ja, ich wusste das noch nicht. Wie das funktioniert. Wie das funktioniert. So, dann geht's hier wieder weiter. Wo ist es denn? Hallo? Da. Die Meckener Jacke. Kann ich nicht reparieren, weil ich zwei Stoff dafür brauche. Getragene Dünne-Woll-Pullover. Ja gut, den brauche ich auch nicht. Den brauche ich auch nicht reparieren. Der wird zerlegt. Dann haben wir unseren zweiten. Stofferich. 0,7 und 0,3. Oh. The weather is getting better. Aber nur ein bisschen. So, wir reparieren nochmal. Vielleicht ist das nochmal die Gelegenheit. Ah, nee, jetzt wird es schon zu dunkel, glaube ich, oder? Ganz im Ernst. Ich penne lieber hier drinnen, als jetzt nochmal rauszugehen. Das ist mir einfach ein bisschen zu unheimlich. So, wir legen hier nochmal ein, zwei, drei Dinge ab. Die wir dann jetzt dann doch nicht mehr brauchen. Alles klärchen. Mal hier das hier nochmal kurz trinken. Ich muss halt demnächst mal hier irgendwie das Wasser dann nochmal auf Vordermann bringen. So, elf Stunden schlafen. Und dann gehen wir eigentlich direkt weiter zum Damm. Wir sind ohnehin schon fast da. Wo wir hier beim Punkt sind, das macht mich wahnsinnig, ne? Das macht mich wahnsinnig. Kaum trinken wir, stopfen eben damit auch das Maul. Das ist sehr, sehr lustig eigentlich. Und hier den letzten Rest davon noch. Und wir haben ja auch noch andere Dinge, die wir theoretisch trinken könnten. Nochmal zwei Stunden und dann sollten wir auf jeden Fall wieder am Start sein. Das scheint aber nicht immer nachts zu sein. Na toll. Schon wieder Scheißwetter. Oder auch nett. Wirkte erst so, aber war es dann doch nicht. Und es ist auch gar nicht so kalt. Wie es erst den Anschein machte. Nur ein Pfeil nach unten und das morgens. Kann ich mit arbeiten. Gut, auf zum Dammel. Und dann lesen wir nochmal genau durch, was Kollege uns da beschrieben hat. Also irgendwie unter einer Kachel vor dem Eingang gedöhnt. Zum Bla. Das ist alles, was gerade über mir hängen geblieben ist. Es ist unter einer Kachel vor irgendwas. Das ist so. Ich bin nicht gut darin, mir Details zu merken. Ich bin nur gut darin, mir quasi Metainformationen zu merken. Die können auch gerne komplex sein. Also wirklich. Also ich bin verdammt gut darin, mir zum Beispiel mathematische Formeln zu merken, wo im Grunde Variablen drin stehen. Also so quasi nach dem Motto Y ist gleich A mal X Quadrat plus B T Quadrat und so weiter und so fort. Nur mal so als Beispiel. Darin bin ich richtig gut. Also das war auch zum Beispiel in der Schule bei mir ein total krasses Erwachen, wo meine Mitschüler in der Mathematik angefangen haben, geistig auszusteigen, bin ich erst so richtig eingestiegen, weil ich das total cool fand. Bitte fragt mich nicht, wie mein Gehirn das macht. Es tut es einfach. Es ist anscheinend einfach eine Art von Begabung. Und genauso verhält es sich auch mit allen anderen Metainformationen. Sobald da allerdings dann eine Zahl drin steht, also eine exakte Zahl, die ist mir zu trivial, die vergesse ich. Das kann ich mir nicht merken. Das kann ich mir einfach nicht merken. Aber so Metainformationen, easy going. In der Regel zumindest. Und das schließt so was wie Namen von Personen, leider ein. Aber ich kann zum Beispiel euch ohne Probleme sagen, dass zum Beispiel eine Gruppe von Personen dann quasi sozusagen aus, keine Ahnung, aus sieben Männern und sechs Frauen bestatten hat. Und ich kann auch beschreiben sozusagen, dass einige von ihnen, also dass und so viele wahrscheinlich von ihnen lange Haare hatten und kurze Haare, aber ich könnte es jetzt nicht auf die einzelnen Personen zuschustern. also das übersteigt dann einfach meine Fähigkeit etwas zu merken. Aber solche Metainformationen kann ich mir merken. Keine Ahnung warum. Muss evolutionär auch irgendwie einen Vorteil haben, dass sich so etwas entwickelt hat und dann ausgerechnet auch noch in mir dann sich wieder herauskristallisiert. oder dass so und so viele so groß waren, also größer waren als ich zum Beispiel und so und so viele kleiner waren. Aber halt nicht sozusagen im Detail auf die einzelnen Personen. Also ich könnte nicht sagen, ja, und die blonde Frau war größer als ich. Das, das, das könnte ich mir dann wiederum nicht merken. Aber ich wüsste, da war eine Frau dabei, die ist größer als ich. Und ich wüsste, es gäbe eine Frau, die war blond. Versteht ihr, was ich meine? Das ist so unglaublich blöd eigentlich, so sich das zu merken. Ich meine, klar, manchmal kann man sich das schon merken. Aber halt, nicht, äh, nicht zielsicher, sag ich jetzt mal. Habe ich das letzte Mal tatsächlich die Tür offen gelassen? Guckt mir gerade komisch vor. Warum sollte ich die Tür offen gelassen haben? Die nächste Frage ist, warum sollte jemand die Tür benutzt haben, außer mir selbst? Na, egal, vielleicht habe ich auch einfach nur Gespenster gerade eben vor Augen. man weiß es nicht. Ich zöge trotzdem mal lieber das Gewehr, man weiß ja nie. So. Wir sind jetzt hier. Was sagt die Information? Ähm, Schüsse am See. Gehe zum Damm und hole die Dokumente, die unter einer losen Kachel unten an der Treppe zum Verwaltungsbüro versteckt sind. Unten. Jetzt hoffe ich mal, dass die dieselbe Definition von unten haben wie ich. Aber was? Das habe ich noch nicht durchsucht. Hat sich auch nicht gelohnt. Unten unter einer losen Kachel. Tja. Die scheinen nicht dieses unten gemeint zu haben. Vielleicht haben sie es auch doch gemeint. Ich weiß es nicht. Ich habe es jetzt auf jeden Fall einfach gerade eben nicht ganz realisiert, wie das gemeint war. Meine Batterie ist leer. Ne, warte mal. Also doch unten. Also es kann eigentlich nicht hier sein. Weil hier gibt es keine Kacheln. Es sei denn... Hier hat es auch wieder Kacheln. Scheiße. Zum Verwaltungsbüro. Boah, fuck. Ich gehe jetzt einfach mal alle Kacheln ab, die es gibt. Es muss ja eine lose Kachel sein. Also ich würde mal behaupten, die ist in irgendeiner Art und Weise dann auffällig. Was war denn das? Metallstuhl, okay. Aha. Nischt. Nischt. Nischt, 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 nischt. Ich strafe jetzt hier das Ganze auch ab. Tja. Das Problem ist halt echt, es könnte halt auch echt jetzt unten sein oder ein Übersetzungsfehler sein. Weil das hier ist definitiv das Verwaltungsbüro. Ja, es ist... Es muss da unten irgendwo sein. Es ist definitiv nicht hier oben, würde ich mal behaupten. Dann habe ich unten nicht richtig geguckt. Unten... unter einer losen Kachel zum Verwaltungsbüro. Und das hier ist definitiv nicht unten. Nochmal gucken. Jedes einzelne. Da. Waldflüsterer Dokument. Dokumente, die in den Waldflüsteren gefunden wurden. Sie glauben, dass sie für eine Sache wichtig sind. Lesen. Endlich haben wir den Beweis, nach dem wir gesucht haben. All die Fotos von den Rodungsarbeiten, die wir in den sozialen Medien geteilt haben, wurden einfach ignoriert. Und wer kann Ihnen da schon einen Vorwurf machen? Niemand glaubt mehr, was er sieht. Aber jetzt haben wir einige Dokumente aus dem Holzfällerlager gestohlen, die beweisen, dass das Breyerhaus sich illegal hier auffällt. Sie haben keinerlei Genehmigungen und sie fällen alte, geschützte Bäume. Genau das brauchen wir, um sie auszuschalten. Sogar die Anwälte und Bücklinge versuchen diese Sache geheim zu halten und sie werden Erfolg damit haben. Mit diesen Dokumenten können wir neue Leute und Bargeld für unsere Kampagne auftreiben. Dann läuten wir endlich die nächste Runde ein. Alles klar. There you are. Gut. Jetzt haben wir diese wichtige Information. Was machen wir jetzt damit? Schüsse am See. Kehre zum Waldflüsterer am See zurück. Perfekt. Das heißt, wir können dann auch danach hier dann fröhlich endlich irgendwann mal angeln. Meine Güte. So. Kniffte raus und nach draußen. Das ist unglaublich. Wir laufen zwei Meter und sind schon wieder hungrig. Gut, wir sind aber auch gut beladen. Jetzt bin ich mal gespannt. Wenn der seine Vorräte haben will, dann muss er im Grunde die Tür aufmachen. Die kann ich ihm höchstwahrscheinlich nicht unten durchschieben. Würde ich jetzt einfach mal zumindest annehmen. So, Tür zu. Es zieht. Ich glaube, ich versuche jetzt eine Abkürzung zu nehmen. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Dann können wir auch noch mal... Ist da ein Wolf da unten? Nee, ist kein Wolf da unten. Ich war kurz mal besorgt, dass es da unten der schwarze Fleck da unten ein Wolf sein könnte. Dann hätte ich diese Abkürzung sofort wieder aus meinem Gedächtnis gestrichen. Im Grunde müssen wir jetzt eigentlich nur diesem kleinen Flusslauch folgen. Und dann sind wir automatisch schon wieder dort. Sparen uns mal das bereits bekannte Gebiet und können uns mal was Unbekanntes angucken. Ist ja auch mal schön, ne? Zumindest war es früher so. Weiß der Geier, wie Hinterland das Gebiet jetzt hier geändert hat. Aber dann kriegen wir es jetzt halt einfach mal raus. Da drüben ist das Gebiet. Genau, da sehen wir, das ist der eigentliche Weg, den wir jetzt einfach mal nicht gehen. Da habe ich nämlich den Aussichtspunkt gerade eben gesehen. Fluss-Nordzugang. Es spricht vieles dafür, dass das zum Rätselsee führt. Wenn es Nordzugang heißt. Ja, da vorne kommt jetzt hier dieser verschachtelte Bereich. Ich finde es sehr gut, dass wir nicht frieren. Klamotten, die wir inzwischen tragen, sind schon, glaube ich, ganz, ganz ordentlich. Auch wenn wir klappern wie Sau. Jedes Tier müsste uns eigentlich auf Meilen hören. Aber ist egal. Ich hoffe einfach mal, dass jetzt auch die Wölfe dort weg sind. Aber irgendwie bezweifle ich das. Wow. War das immer schon da oben so? Irgendwie ein bisschen beängstigend mit diesem riesigen Felsversprung. Und diese komischen Eiszapfen da oben machen es auch nicht besser. Stellt euch mal vor, die könnten runterfallen. Unheimliche Vorstellung. Tödlicher Eishagel quasi. Hier wachsen auf jeden Fall auch ein paar Leckereien. Die ignoriere ich jetzt einfach trotz allem. Wie gesagt, ich will jetzt einfach da weiterkommen. Von den Dingern gibt es ja insgesamt sehr, sehr viele. Aber es ist gut zu wissen, dass da anscheinend noch mehr davon existieren. Also das ist eventuell für zukünftige Runden gar nicht mal so verkehrt zu wissen. Häschen. Wie süß. So, wir sind hier. Ganz viele Häschen sogar. Wow. Deutlich mehr Häschen, als ich erwartet habe. Ich hoffe einfach, dass die zwei Schnüre, die wir jetzt haben, oder wie gesagt, diese zwei Angelutensilien, die wir haben, ausreichen werden. Aber jetzt warten wir erstmal, was der gute Freund Waldflüsterer zu berichten weiß. Weil ich gehe davon aus, wir werden jetzt noch ein bisschen mehr von ihm erfahren. Ist nur so ein Gefühl. Ah, da sind noch die anderen Hütten. Fluss-Süd-Zugang. Klapper, Klapper, Klapper. Und die Wölfe scheinen weg zu sein. So, der Kollege dürfte jetzt gleich aufgeschreckt werden. Genau, jetzt rennt er schon. Ich dachte eigentlich, dass hier irgendwo Da drüben sind noch Hütten, oder? Ich raff gerade eben nicht, wie das hier aufgebaut ist. Nee, okay. Ach, bei der Hütte waren wir noch nicht. Genau, das ist die Hütte. Das sind die zwei Hütten, bei denen wir schon waren. Und da hinten waren wir noch nicht. Ja, also die haben das deutlich verändert. Deutlich. Dann fangen wir mal da hinten an. Wie gesagt, ich will das alles hier ordentlich analysiert haben, jede Hütte quasi kontrolliert haben. dass wir auf Ja nichts übersehen, was wir am Ende vielleicht noch brauchen können, oder was irgendwie spannend ist. Aber die beste Information ist, dass hier kein Wolf gerade eben ist. So, ich werde jetzt hier nichts mitnehmen, was nicht wirklich irgendwie essentiell ist. Was liegt denn da oben? Ich sehe jetzt schon, dass da was essentiell ist, weil es hat was mit Essen zu tun. War ja klar. Noch mehr davon. Hm, lecker Schmecker. Habe ich weggelassen. Okay.